Fans der britischen Schauspielerin Millie Bobby Brown vermuten schon seit ein paar Tagen, dass sie und ihr Partner Jake Bongiovi verlobt sein könnten. Der Grund dafür sind Fotos, die das Paar am Dienstag auf Instagram postete. Das eine Foto trägt den Untertitel Ich habe dich jetzt drei Sommer lang geliebt, Schatz, ich will sie alle und zeigt die Stranger Things, Schauspielerin mit einem verdächtig großen Ring am Ringfinger. Ein Beitrag geteilt von Millie Bobby Brown, at Millie Bobby Brown, Jake Bongiovi, Sohn von Rock, Star John Bon Jovi, teilte ebenfalls ein Bild auf Instagram. Seines trug den Untertitel für immer. Ein von Etiaki Bongiovi geteilter Beitrag Millie Bobby Brown machte in den letzten Jahren mit ihren Rollen als F in der Netflix-Serie Stranger Things und als Enola Holmes in der gleichnamigen Filmreihe auf sich aufmerksam. Die 19-Jährige ist auch als Model tätig.